Hey, hallo allerseits, ich bin Fando und ich spiele Gems of War. Die Insel im Meer, wo das dunkle Gestein herkommt aus den Minen, die heißt natürlich Dunkelstein und das ist diesmal das Königreich der Woche. Wollen wir uns mal kurz angucken, was es alles gibt. Es gibt eine gehirnte Hexe, die neu ins Spiel gekommen ist. Schönheitswettbewerb. Na, wollen wir gleich uns die mal angucken, wie schön sie wirklich ist. Dann haben wir Gildenkrieg. In dieser Woche beginnt der Gildenkrieg. Ich werde wieder meine Gildenkriege alle aufnehmen und entsprechend auch dann hochladen nach und nach, sodass ihr sehen könnt, wie ich diesen Gildenkrieg gespielt habe. Ich spiele in Bracket 2. Dann haben wir versteckte Schätze. Das ist natürlich das Welt-Event, das neue. Das gucken wir uns natürlich auch an. Immer noch kommt ein Kampfbrecher in die Partie und dann haben wir natürlich noch die Kampagne am Laufen. Okay, Woche von Dunkelstein sieht man hier. Alle Einheiten aus Dunkelstein kriegen also 10% von ihren Fähigkeiten noch dazu und die mystischen auch. Gut, dann gleich mal die neue Einheit angucken. Also bei Shop und wöchentliches Event Gehörnte Hexe. Füge einem Feind 47, in meinem Fall Waren Schaden zu. Das wird nach Magie berechnet. Ist ja auch ein lilaner Wert. Also wahrscheinlich Magie, bei mir 43, plus 4 dann logischerweise. Danach beschwöre eine zufällige Hexe. Hm, das war's. Also einem Feind Schaden zufügen und zwar Waren Schaden. Das ist erstmal relativ schlecht. Wahrer Schaden ist zwar besser als normaler Schaden, aber einem Feind, also in Zeiten von Beatrix, in Zeiten von Venoxia, wo man Waren Schaden auf alle macht, ist das natürlich sehr, sehr schwach. Ja, und dann beschwöre eine zufällige Hexe nach. Müssen wir doch gleich mal gucken, was gibt es denn für Hexen. Werde ich mal bei Einheiten gucken und Hexe eingeben. Basis Seltenheit. Mal schauen, was da so kommt. Hm, das sollen alles Hexen sein. Das kann ich mir ja nicht vorstellen. Warum, ähm, warum ist sowas zum Beispiel auch Hexe? Wechseln in die Jahreszeit. Kommt das Wort irgendwo hier vor? Nein. Gefriere, verursache, mana brand. Also ehrlich gesagt kann ich nicht nach Hexe ordnen. Ich verstehe nicht, warum das alles als Hexe aufgeführt wird. Habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Nein, Hexe, danach suche ich. Ja, wie dem auch immer sei, wir können ja gleich mal in die Einheiten von Dunkelstein reingucken und mal gucken, was dort für Hexen sind. Also beschwöre eine Hexe, ist mir momentan noch nicht klar, wie ich herausfinden soll, was es alles für Hexen gibt. Vielleicht habt ihr ja da eine Idee, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Gehen wir mal zurück in den Shop. Ähm, also, sie beschwört nach, sagen wir es mal so. Ja, das ist natürlich irgendwie ja immer gut, etwas nachzubeschwören, ähm, aber sie sammelt kein Mana, fügt auch nur einem Feind Schaden zu, hat dann noch reduzierten Schaden durch Zauber und erhalte eine Magie, wenn ein Verbündeter ein Zauber wirkt und auch, äh, kann nochmal nachbeschwören. Also, zwei Chancen nachzubeschwören im Prinzip. Ähm, also einmal hiermit und einmal auf jeden Fall aber mit dem Zauber. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, diese Figur irgendwie einzusetzen, die gehörende Hexe. Ähm, ja, bei Donner, Blitz oder Regen. Beschwöre eine Hexe, bringt kein Segen. So, haben wir gleich mal das Gedicht für den Montag fertig gemacht. Naja, ich werde sie mir zwar jetzt holen, glaube aber nicht, dass sie irgendwie sinnvoll einsetzbar ist. Von daher würde ich nicht unbedingt empfehlen, sie zu holen. Aber klar, für die Königreiche, da braucht ihr natürlich jede Figur, die ihr kriegen könnt. Also dafür, wenn ihr die hochbringen wollt, äh, in dem Fall jetzt, äh, Dunkelstein, dann solltet ihr sie auf jeden Fall holen. Kriegsbeute werde ich auch noch mitnehmen. Ist ja klar, wie immer, jeden Montag. Und dann habe ich das abgeschlossen. Und dann schauen wir uns doch gleich mal an, wenn ich die Event-Schlüssel ausgebe, kriege ich ja nur Einheiten aus Dunkelstein, ob die denn auch was taugen. Dann werde ich jetzt mal sortieren nach Basis-Seltenheit und Dunkelstein-Einheiten. Alle Anzeigen. Da haben wir drei mythische. Der besessene König, eine meiner Lieblingsfiguren, der etwas an Bedeutung verloren hat. Bei ihm ist es so besonders, dass er zwei zufällige Edelsteine explodieren lässt, wenn man Vierer kombiniert. Hat man also ein paar Vierer, äh, dann explodiert sehr, sehr viel vom Spielfeld zusätzlich, ohne dass er irgendwas macht. Eigentlich ist das der Hauptgrund, warum man ihn, äh, ihn ins Team nimmt. Der Zauber ist auch irgendwie okay. Manche Leute haben dafür Angst, wenn der in Dämonen umwandelt, aber braucht man nicht haben. Ist nicht schlimm. Selbst wenn da so jemand wie Jaoguai, äh, kommt, dann hat er trotzdem keine Eigenschaften zum Beispiel. Also insofern, das ist alles halb so wild. Aber, ja, diese Figur ist eigentlich supergut und wenn man ein Team zusammenstellen will, in dem man viel Mana braucht, passt der eigentlich automatisch da rein. Meistens so an letzter Position oder so. Also der wär schon spannend. Ähm, hat ein bisschen, wie gesagt, Bedeutung verloren, weil es so viele Möglichkeiten jetzt inzwischen gibt, Mana zu sammeln. Man fängt eben dann doch mit dem Leprechaun an oder vielleicht mit dem Leibeigenen oder hat jetzt Waffen, die ganz viel Mana sammeln und das Spielfeld explodieren lassen und so weiter. Von daher, hm. Dann haben wir hier Gemahl der Dunkelheit. Ähm, der hat immerhin eine Chance, einen Feind zu töten. Ja, das ist so eine, so eine Figur halt, ne. Da muss man total auf den Zufall hoffen. Mag ich an sich nicht. Mutter der Finsternis. Kann ganz nett sein. Es gibt manche Teams mit ihr, die wirklich gut laufen. Auch beim Erkunden Level 12 zum Beispiel. Ähm, fügt immerhin zwei Feinden eine Menge wahren Schaden zu. Verstärkt noch durch, verstärkt noch durch lilane Edelsteine. Und wenn da jemand stirbt, erschafft sie auch noch lila ganz viel. Allerdings braucht sie keins. Also muss man das mit lilanen Figuren zusammenspielen. Ganz interessante Kombination kann man mit ihr machen. Also die ist nicht schlecht. Aber jetzt auch keine Topfigur natürlich. Ja, gibt es denn hier überhaupt eine Topfigur? Magnus ist nicht schlecht. Magnus fügt allen Feinden Schaden zu. Sowas kann man ja immer ganz gut gebrauchen. Verstärkt durch Erkrankte und Vergiftete. Naja, danach vergifte und lass sie erkranken. Was das Besondere noch bei ihm ist, dass er in den Eigenschaften unempfindlich ist gegen fast alles. Und das ist natürlich super. Außerdem macht er bei vier oder mehr Kombinationen auch noch einen zufälligen Statuseffekt. Also das ist eine Figur, die echt sinnvoll ist, die man auch gerne im Gildenkrieg einsetzt. Gerade weil sie unempfindlich ist, steht sie oftmals an Position 1 zum Beispiel. Das erlebe ich oft in Verteidigungen. Also Magnus wäre interessant. Psion habe ich mal verwendet. Er verursacht wahren Sträuchern und entzieht allen Feinden das Mana. Das ist schon toll, wenn die fast voll sind und er entleert quasi das Mana von allen. Aber sonst passiert nicht so viel mit ihm. Von daher, ganz gut. Kann man auch mal einsetzen. Keine so überragende Figur. Hier steht allsehendes Auge bei Xeroda. Das heißt, den kann man jetzt nicht kriegen, weil der aus dem allsehenden Auge kommt. Diese vier Figuren, die daher kommen, die kriegt man jetzt nicht. Die Metrexia ist eine super Einheit, wenn man Arena spielen will. Weil die Metrexia eine Chance hat von 75%, also in drei von vier Fällen, alle zu verbrennen. Wenn das passiert, ist die Einheit super gut, aber eben nur in der Arena. Dann haben wir die gehörnte Hexe, die ich gleich mal jetzt aufleveln werde, um mal zu schauen, ob dann in Dunkelstein ich dann wieder ein paar Level nach oben gekommen bin. Oder zumindest eins. Weil es eben eine weitere Figur gibt, die dann in den Werten hochgebracht wurde und auf mythisch gebracht wurde. Okay, haben wir das auch gemacht. So, dann haben wir hier die zwei Trolle. Das ist nicht schlecht, den Meerestroll zu haben. Verdoppelt blau. Das kann man durchaus mal einsetzen. Okular gibt es wieder nur unten. Die sind alle nicht so besonders gut. Ja, auch der Okular-Egel gibt es nur unten in der Unterwelt. Die anderen, naja, alles nicht so überragend. Der Leibeigene, der ist noch besonders. Das ist neben dem Leprechaun eigentlich der Haupt-Manasammler. Den solltet ihr unbedingt haben. Ihr müsst nur wissen, der Leibeigene ist am Anfang des Spiels nicht besonders gut, weil das nach Magie berechnet wird. Und wenn ihr nur 10 Magie habt, dann macht der halt 14 zufällige Edelsteine, die er zerstört. Das ist nicht besonders viel. In meinem Fall jetzt zerstöre ich sowas wie um die 40. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Dann füllt er fast jede Figur gleich mal, wenn der ausgelöst wird. Also dann ist der super. Aber erst im weiteren Verlauf des Spiels, wenn Magie höher geworden ist. Ja und das war es auch schon. Also keine guten Einheiten. Also wenn ihr jetzt überlegt Eventruhen auszugeben, ich weiß nicht. Ihr solltet das wahrscheinlich nicht jetzt machen. Also die einzig gute Figur ist der besessene König, vielleicht noch Magnus und der Leibeigene. Alle anderen braucht ihr nicht wirklich. Also ich würde euch raten, spart euch die Schlüssel. Kommen wir zum Welt-Event. Moment. Bei Gilde muss ich natürlich reingehen. Versteckte Schätze. Gut. Wenn ich im Shop einkaufen gehe, sehe ich, ich kann keine Waffe oder so kaufen. Es bleibt also bei den typischen Sachen Tränke, Siegel und so weiter. Und man kann Kristallabzeichen und Kristallorden letztendlich entwickeln, bei denen man 160% mehr Schädelschaden oder eben Zauberschaden macht. Okay, also kann ich ein Team zusammenstellen, was eins von beiden oder beides sogar macht. Mal schauen. Erstmal zu den Kämpfen, das ist wunderbar und ganz schön und einfach. So muss das sein. Ja oder auch nicht, je nachdem ob man das gerne kompliziert mag. Das ist jetzt zumindest einfach. Ihr nehmt immer Sykorax. Der gibt 24 Punkte. Wenn der nicht mehr da ist, nehmt ihr die Nachtschabracke. Die wird eigentlich mit C geschrieben. Na gut, wie auch immer. Jedenfalls, die gibt 20 Punkte. Dann nehmt ihr Schwester Ebenholz. Seht ihr jetzt nicht. Dann nehmt ihr Seuchenmacher mit 12 Punkten. Schwester Ebenholz hatte 18. Und dann am Schluss die kleine Hexe mit 10 Punkten. Ab und zu, nämlich nach vier Kämpfen, taucht dann die gehörnte Hexe auf. Und die nehmt ihr auch immer. Die gibt 30 Punkte. Das ist der Höchstfall. Also immer die gehörnte Hexe nehmen. Und danach, je nach Reihenfolge der Kämpfe, Sykorax, Nachtschabracke, Schwester Ebenholz, Seuchenmacher, Hexe. Ganz leicht. Und ja, das ist glaube ich diesmal ziemlich einfach. Zu den Teams, die man da verwenden kann. Das ist wiederum nicht so einfach. Man kann nur Schurken verwenden. Und die dürfen auch nur lila sein. Man ist da echt eingeschränkt in der Auswahl. Ich habe da schon mal reingeguckt und hatte Schwierigkeiten, ein vernünftiges Team zu entwickeln. Aber ich will euch mal zeigen, mit welchem Team ihr auf jeden Fall anfangen solltet. Atlanta ist die einzige Figur da drin, die wirklich allen Feinden Schaden zufügt. Deswegen nehmt sie rein, am besten dreimal. Und sprecht sie genau in der Reihenfolge. Zuerst die erste, dann die zweite, dann die dritte. Und das sollte schon für einige Kämpfe jetzt reichen. Wenn ihr der Meinung seid, nee, ich will da noch Mana sammeln drin. Dann würde ich euch empfehlen, Tyri reinzunehmen. Vielleicht an Position 2 oder Position 3. Denn Tyri zerstört noch eine Menge Edelsteine. So ein bisschen wie der Leibeigene. Und füllt dann ganz schnell mit Mana auf. Wo ihr flexibel seid bei diesem Team, ist in der Waffe. Also, ich werde mal kurz ordnen nach Seltenheit. Ich habe jetzt hier Geheimnisse der Gruff drin. Stiehlt einfach Leben, kriegt man zusätzlich dazu. Und beschwört auch noch nach. Das könnte sehr interessant sein, dass jemand stirbt und man beschwört nach. Weil dann könnte man mal eine gute Einheit bekommen in diesen Kämpfen. Deswegen ist das gar nicht so schlecht mit dem Nachbeschwören. Muss man aber auch nicht unbedingt haben. Ich werde mal noch weitere Waffen empfehlen. Natürlich habt ihr hier Leben und Tod drin. Auch das wäre eine super Möglichkeit, Leben und Tod einzusetzen. Stiehlt ja auch Leben. Und sorgt dafür, dass man sich selbst immer wieder füllt. Weil man sich ja dann auch nicht nur segnet, sondern verzaubert. Das wollte ich sagen. Also, das wäre natürlich die zweite Wahl. Und ich würde noch eine dritte Waffe empfehlen, die ihr da unten einsetzen könnt. Je nachdem, was ihr habt. Und das wäre Tricksters Schuss. Tricksters Schuss verzaubert sich auch. Das heißt, einmal die Rüstung klauen, dann eine Menge Magie mehr dadurch bekommen. Und dann müsste das schon reichen, die nächsten Figuren mit einem Schuss komplett auszulöschen. Immerhin füllt sie sich immer wieder. Das ist auch eine super Waffe, die da gut reinpasst. Also, das ist das eine Team. Wie gesagt, eventuell mit Thuri noch drin. So, weiter geht's. Was wollte ich sagen? Ich glaube, mit den Waffen war ich jetzt durch. Und ja, ich will noch ein zweites Team natürlich zeigen. Und zwar soll das dann aufgebaut sein, um... Moment, kurz mal ordnen nach Basis-Heltenheit. Hier um den Schattenjäger. Das ist für mich noch eine ziemlich starke Figur. Wenn denn die Gegner besser werden, dann kann man den reinsetzen. Füge dem stärksten Feind Schaden zu. Naja, aber eben verstärkt durch das Leben aller Feinde. Und wenn die Feinde halt besonders stark werden, besonders hoch werden in dem Level, dann kann man natürlich umso mehr Schaden machen. Wird halt durch drei geteilt. Aber wenn die zusammen, was weiß ich, 900 Leben haben, dann würde man 300 Schaden zufügen. Das ist ja schon mal was. Also das könnte ich mir vorstellen, dass der hier auch dann später reingehört. Ich stelle mal ein Team zusammen. Vielleicht mit Thüri auch nochmal. Vielleicht so. Und dann auch hier wieder als Waffe eine dieser drei Waffen vielleicht, die vorher nicht mit der Farbe blockiert ist. Leben und Tod vielleicht. Ich packe die mal rein. Dann hättet ihr quasi ein zweites, eine zweite Möglichkeit noch ein Team für die höheren Level zu spielen. Von der Klasse her. In der Klasse würde ich euch empfehlen mit Kugelweber zu spielen, weil Kugelweber erstmal fesselt. Das ist eine zusätzliche Sicherheit. Nämlich hier im Talentbaum Level 10 Wurzelfalle. Und dann könnt ihr einen Dunkelsturm, einen lilanen Sturm von Anfang an einstellen. Das ist günstig. Heimlich braucht man eigentlich nicht unbedingt. Dunkles Gift braucht man auch nicht unbedingt. Verbündete Staat mit 15% Mana könnte man reinsetzen. Dann würde man sich den Anu-Orden vielleicht sparen können. Und steigende Schatten sollte man noch einstellen, wenn man das dann schon freigeschaltet hat. Also das wäre vielleicht noch ein Team, was dann in den höheren Leveln besser funktionieren könnte. Allerdings möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, der Schattenjäger wird natürlich immer schlechter, je mehr Gegner gestorben sind. Weil wenn nur noch ein Gegner übrig ist, dann macht er natürlich sehr viel weniger Schaden wiederum. Dann braucht man ihn eher nicht. Und dann ist es gut, dass man da unten so jemanden noch drin hat, wie Leben und Tod oder eine der anderen Waffen, die ich schon gezeigt habe. Das wäre also ein zweites Team, was man ausprobieren sollte. Ansonsten ist das einfach sehr, sehr schwer, hier vernünftige Teams zusammenzustellen. Mit der mythischen Figur Garmal der Dunkelheit, das ist mir zu riskant mit dieser 43% Chance einen Feind zu töten. Wäre natürlich möglich. Könnte man auch machen, den reinzusetzen. Aber da muss man sehr auf Zufall aus sein und hoffen, dass das klappt. Aber in der Not frisst der Teufel fliegen oder so. Also das könnte vielleicht auch klappen, wenn man dann ein bisschen Glück hat. Ja, bei den Waffen übrigens wollte ich noch sagen, vergesst es, wenn ihr dieses Team, was ich am Anfang gezeigt habe mit Atlanta, wenn ihr dieses Team spielen wollt, vergesst es, entsprechende Waffe zu finden, die gut ist mit Menschen oder für Schurken oder für Verbündete aus Divinienfeldern, weil keine der Waffen Lila erzeugt. Also das kann man dann gleich mal vergessen. Vielleicht kann ich noch eins sagen. Ich habe erst überlegt, sowas wie Füge den letzten zwei Feinden Scharen zu. Das hat man ja nochmal mit Schwester der Albträume. Auch die fügt den letzten zwei Feinden Scharen zu. Dann sind ja zwei schon mal wahrscheinlich weg, wenn man die beide hintereinander ausführt und so. Nur, die haben auch alle dasselbe Mana. Lila und Grün. Sehr ungünstig. Wenn ich dann noch überlege, Trickstar wäre noch die Figur, die auch Mana sammelt, hat auch Lila und Grün. Und Schokling, der auch zwei zufälligen Feinden Scharen zufügt, hat auch Lila und Grün. Und dann ist das einfach so doppelt gemoppelt. Ich will ja nicht nur dieselben Farben von denen drin haben. Da kann ich eigentlich auch dreimal den Fassadenkletter reinmachen, als Beispiel. Also von daher ist es wirklich nicht so leicht zusammenzustellen. Gut, hiermit werdet ihr eine Weile lang klarkommen und danach vielleicht wechseln auf den Schattenjäger. Das ist meine Zusammenfassung. Auf geht's in die Seelenschmiede. Mal schauen, was es Interessantes in der Seelenschmiede gibt. Dann fangen wir mit den Waffen an. Jetzt wird's spannend. Runensteine der Verdammnis. Eine Verdammniswaffe, die man nicht braucht. Die gibt Leben. Braucht man an sich gar nicht. Würde ich euch auf keinen Fall empfehlen zu holen. Kostet 900 Diamanten. Höchstens für die Sammlung. Aber ansonsten braucht ihr sie sehr wahrscheinlich gar nicht. Dann haben wir hier das Dunkelschwert drin. Fügt dem ersten Feind Schaden zu. Verursacht Dreifachscham, wenn er Gelb verwendet. Nun ja, braucht man nicht. Dann haben wir Bluttrinker drin. Fügt einem Feind 46 Schaden zu. Stehlt die Hälfte der Attacke. Stehlen heißt ja wegnehmen und selbst dazukriegen. Ja, immerhin keine Figur, die ihr unbedingt braucht. Götze von Dunkelstein entfernt. Lila. Und wenn man nach Dunkelstein das erste Mal geht, dann macht man gegen diese Figuren immer doppelten Schaden. Das ist deswegen ganz interessant. Aber eigentlich braucht man diese Waffe später nicht. Kelch der Augen reinigt alle, gibt ihnen 45 Leben und beschwört einer Einheit nach. Von daher nicht unsinnig, aber auch nicht besonders spannend. Schreiende Wälzer. Das ist die Mischwaffe für Einheiten aus Dunkelstein. Und ihr habt ja gerade gesehen, Dunkelstein-Einheiten sind jetzt auch nicht so besonders gut und so besonders stark. Von daher würde ich die nicht unbedingt empfehlen zu holen. Und dann haben wir noch Atami der Schatten, wenn das richtig ausgesprochen ist. Füge einem Feind Schaden zu. Wenn die Attacke des Feindes höher ist, besteht 20% Chance ihn zu töten. Eieiei. Also bei den Waffen bin ich überhaupt nicht überzeugt, dass auch nur eine irgendwie davon sinnvoll ist. Schade, eigentlich sind ja ziemlich viele Waffen. Aber naja, für die Sammlung kann man vielleicht ein bisschen was auffüllen. Ansonsten, nun ja. Gucken wir uns gleich mal die Einheiten an. Wir haben eine Hungersnot. Das ist nicht schön. Und diese Figur ist genauso. Nicht schön. Entzieht das Mana von allen Feinden. Ja. Kann man schon auch gebrauchen. Nicht schlecht. Und dann fügt er einem Feind Schaden zu. Verstärkt durch das entzogene Mana. Aber sammelt kein Mana nach. Kostet 24. Hat auch sonst nichts. Also macht dann einer Figur Schaden und entzieht Mana. Und dann bei den Eigenschaften der erste Feind verliert jeden Zug. Jeden Zug. Nicht bei Vierer. Sondern jeden Zug drei Punkte. Oh je. Ist das schlecht. Ne. Also bei Hungersnot. Ich glaube da esse ich lieber. Als die zu nehmen. Dann haben wir König Blutholz drin. Der interessant deswegen ist. Weil er einiges an Schaden macht. Fügt einem Feind schweren Spritzschaden zu. Verstärkt noch durchblutende und gefesselte Feinde. Und stiehlt auch noch 10 Leben von allen. Stehlen heißt er. Er kriegt das noch dazu. Bluten und Fesseln. Dafür sorgt er selbst. Wenn man Vierer macht. Und hat reduzierten Schädelschaden. Setzt sich ihn an Position 1. Macht er wahrscheinlich am meisten Sinn. Blockt aber auch dann drei Farben die hinter ihm kommen. Ich spiele eigentlich nicht mit ihm. Er ist keine schlechte Figur. Aber ich habe das Gefühl. Teams mit ihm zusammen sind nicht besonders schnell. Braucht man auch nicht so unbedingt. Schabano Vespera ist wahnsinnig interessant. Die mag ich sehr sehr gerne. Weil sie so anders ist. So eine andere Taktik hat. Sie gibt ja nur verbündeten Werte dazu. Aber das heftig. Denn dann erschafft sie auch noch neun Edelsteine in der Mana Farbe. Und das wiederholt sie zweimal. Also man kann sehr schnell seine Werte der gesamten Verbündeten richtig hoch kriegen. Und auch ganz viel Mana sammeln. Im besten Fall loopt sie. Loopt sie. Loopt sie. Ohne Pause. Zehnmal. Fünfzehnmal hintereinander. Und dann sind die Werte so hoch. Dass man einfach Schaden auf alle macht. Und die sind sofort tot. Das ist das Prinzip mit Schabano Vespera zu spielen. Eine Figur die man haben sollte. Bestimmte Teams. Oder gegen bestimmte Teams ist sie einfach phänomenal gut. Also ich habe glaube ich noch nie einen Kampf gegen so ein Leben und Tod Team verloren. Wenn ich Schabano im Team habe. Natürlich muss das Team genau darauf abgestimmt sein. Da muss man wissen wie. Aber Schabano ist wirklich super gut. Kann ich empfehlen zu kaufen. Aber das muss man erstmal ja verinnerlicht haben mit ihr zu spielen. Sagen wir es mal so. Und was kommt dann noch hier. Da kommt noch der Brunnen der Sterne. Wandel grün in lila um und braun in Schädel. Eigentlich interessant. Allerdings machen sowas ja auch viele legendäre Figuren. Eine Farbe in eine andere umwandeln. Und dann noch eine Farbe in Schädel. Na gut. Jetzt wandelt sie ja in lilanen Tränke um. Das ist natürlich auch heftig. Von daher hat sie eine Berechtigung. Dass man mit ihr spielen kann. 50% reduzierten Schaden durch Schädel. Und alle könnten eventuell gesegnet werden. Wenn mein Zug beginnt zu 15%. Ach liebe Entwickler. Lasst sowas. 15% Chance braucht man nun wirklich nicht. Da kann man es auch einfach sein lassen und sagen. Nö. Gibt keine dritte Eigenschaft. Ehrlich. Nun ja. Brunnen der Sterne. Ich würde sie mir nicht unbedingt holen. Aber man kann mit ihr schon auch mal das ein oder andere Team zusammenbauen. Und ganz lustige Dinge machen. Also für mich klar die Nummer 1 Schabano Vespera. Danach wahrscheinlich noch eher Brunnen der Sterne als König Blutholz. Aber das ist vielleicht einfach nur meiner eigenen Art des Spielens geschuldet. Und Hungersnot würde ich sagen. Braucht man nun wirklich nicht. Ja. Also Schabano ist cool. Um das mal zusammenzufassen. Dann haben wir noch die verschiedenen Events. Vor allen Dingen die Solo Events in dieser Woche. Und da haben wir das Angriff aufs Territorium. Und das Territorium in der Unterwelt ist das allsehende Auge. Das allsehende Auge. Hier ist das. Hm. Was kann man da spielen? Man hat nur drei Kämpfe. Das ist schon mal gut. Und ich habe das gar nicht gespielt. Also als es direkt raus kam. Habe ich es hochgebracht. Und deswegen musste ich das nicht mehr weiter spielen. Ihr seht Eisenbauch kann man benutzen. Blauöl hat er zum Beispiel. Und damit kann man den ins Team setzen. Und damit ist das schon wieder leicht. Ähm. Das zu spielen. Wenn ihr die Einheiten des Territoriums braucht. Mit dem man das spielt. Sagt Bescheid. Dann reiche ich das noch nach. Aber an sich ist das. Ähm. Zumindest mit dem. Ähm. Eisenbauch auf Level 500. Ohne Territorium Einheiten. Gut. Und ohne Problem spielbar. Und wie gesagt auch nur drei Kämpfe. Das kann man gut auf Level 500 bringen. Ähm. Ja. Dann haben wir am Mittwoch ein Haustier Event. Auch nichts besonderes. Und äh. Donnerstag ist dann äh Klassenprüfung. Und die Klasse ist Seuchenmeister. Vielleicht kann ich noch sagen, dass äh das ähm. Das ähm. Das Haustier ist übrigens äh die Toteltaube. Na schön. Haben wir das auch. Also Seuchenmeister noch angucken. Äh. Seuchenmeister ist eine Klasse, die Berechtigung hat. Die durchaus bei dem einen oder anderen Team ganz interessant ist. Ähm. Eigenschaften sind so. Hm. Gar nicht so toll. Lass einen zufälligen äh Feind beim Kombinieren von grünen Edelsteinen erkranken. Ja. Erkranken ist natürlich nicht ähm die äh Verzauberung oder der Status Effekt durch den man gewinnt wenn die Gegner das drauf haben. So doll ist das nicht. Immunität gegen Lykantropie und Krankheit. Nun ja. Und äh alle Feinde verlieren zwei. Okay. Das ist es also nicht. Aber der. Das Zusammenspiel zwischen Stein und Geheim. Das ist ganz interessant. Anti Magie Sphäre Mana Quelle. Man kann sich also aussuchen ob man den Kampf mit 50% Mana stirbt. Äh startet. Hehehehe. Ob man den Kampf mit 50% Mana startet. Oder nachbeschwört. Äh. Oder Rüstung nimmt. Natürlich ist es der Mana Start. Der ist da cool. Äh Anti Magie Sphäre ist auch interessant. Und dann haben wir eben noch die Barriere. Also Mana Start und Barriere. Das ist eine sehr schöne Kombi. Und allein deswegen ist solchen Meister eine Klasse mit Berechtigung. Man kann noch zusätzliches Lilanes Mana erhalten. Oder braunes Mana und auch Standhaftigkeit einstellen. Also eine Klasse die äh brauchbar ist und sinnvoll ist. Klar kann man überlegen ob nicht andere Klassen vielleicht ähnliches bieten. Und dann aber noch mehr und dadurch vielleicht besser sind. Aber solchen Meister keine schlechte Klasse. Allerdings ähm jetzt wo ich alle Klassen habe. Keine Klasse die ich jetzt jemals noch verwende ehrlich gesagt. Da nehme ich dann doch andere Klassen. Von daher Mittelfeld vielleicht so. Es gibt sicher bessere. Aber es gibt auch klar schlechtere Klassen. Und dann haben wir am Freitag ein ganz ganz beliebtes Event. Das jeder sehr sehr gerne spielt. Äh sieht man das hier irgendwie? Ich glaube äh nicht. Nein. Arena wäre es. Es ist das Arena Event am Freitag. Super. Da kann man die ganze Zeit Arena spielen. Wenn man dann will. Und kriegt dafür kaum Belohnung. Das macht Sinn. Hehehehe. Nun gut. Äh das ist immerhin an diesem Wochenende. Aber ist vielleicht auch ganz gut. Wir haben ja immerhin Gildenkrieg. Und da muss man ja nicht noch so viel nebenbei spielen. Es sei denn man spielt den Gildenkrieg ruckzuck durch. Und äh muss da nicht äh die ganz harten Kämpfe äh machen. Und überlegen 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 für jeden Zug. Sondern zieht das einfach durch. Dann ist das auch egal. Ja liebe Leute. Das war es auch schon. Hinterlasst doch gern ein Like. Empfehlt meinen Kanal weiter. Und abonniert den Kanal. Vor allen Dingen wenn ihr die Glocke neben Abonnieren anklickt. Dann erhaltet ihr auch immer eine Nachricht. Wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Würde mich freuen wenn ihr das macht. Ähm natürlich freue ich mich auch und über eine Unterstützung des Kanals. In Form einer Mitgliedschaft wäre eine Möglichkeit. Oder natürlich auch gerne ähm eine Spende. Aber das könnt ihr euch ja in Ruhe mal angucken. Besonders die Mitgliedschaften. Wenn ihr euch äh auf dem YouTube Kanal mal umguckt. Was es bedeutet Mitglied zu sein. Okay das war's für diese Woche. Ähm viel Glück im Gildenkrieg. Ähm ja. Und wir sehen uns am Sonntag. Nochmal der Hinweis um 18 Uhr jetzt immer. Also Sonntag Stream 18 Uhr. Bis dann euer Fando sagt Ciao Ciao. Bis dann. Abonniert den Schlepp. Be cidade mit mir. Bis dann am Sonntag Stream 18 Uhr. Vielen Dank.